Eigentlich wollte ich mir ja nur die Füße vertreten, aber ich habe ja die Kamera dabei. Da denke ich ja, da machst du ein paar Bilder. Ich bin jetzt hier in Mondorf, also vor Ort von Niederkassel. Niederkassel liegt, der noch nicht weiß, zwischen Köln und Bonn. Auf der anderen Rheinseite liegt jetzt Bonn. Auf der anderen Rheinseite gibt es jetzt so, wie man Köln sei, die Bütche. Das ist ein schöner Ort zum Kaffee trinken. Schön ist an der Fähre, da braucht man nicht lange zu warten, da geht immer hin und her. Während man nicht weiß, Mondorf liegt an der Siegmündung. Das Rheinwasser ist wieder richtig sauber geworden. Das Rheinwasser ist wieder richtig sauber geworden. Hier gibt es einen riesigen Kinderspielplatz. Hier gibt es einen riesigen Kinderspielplatz. Hier gibt es einen riesigen Kinderspielplatz. Sieh an, ich krieg Besuch. Leider habe ich nichts Essbares dabei. Im Hintergrund ziehen wir diese Ziemengebirge. Das ist doch ein gutes Zeichen, dass es wieder so viele Muscheln gibt. Restaurationen gibt es hier eine ganze Menge, also verhungern kann man hier nicht. Von hier ist der Jagdhafen auch nicht weit. Also wir gehen nächstes Mal hin. Ich glaube, da war bis jetzt mein kürzestes Video. Möge 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 Untertitelung des ZDF, 2020